Für den Veranstalter begrüßen wir Gerhard Birkelbauer auf Penn & Spirl. Wir haben gleich die Ecke. Jetzt. Sie hat gesagt, dass sie es am Boden ist. Ich glaube, sie habe ich schon gesehen. Ich glaube, ich bin da in die Richtung gegangen und stand. Ich bin da in die Richtung gegangen und stand. Dann gehen wir rein. Dann waren wir von uns gekommen. Dann gehen wir so mal rein. Geh raus. Untertitelung des ZDF, 2020